Der Stadtverband Mahl nimmt heute an dieser Demonstration in Münster teil, weil morgen der 23. Jahrestag des GAU von Tschernobyl ist. Wir nehmen an der zentralen Demonstration gegen Atomkraft teil, weil gerade hier im Regierungsbezirk Münster in Gronau und in Aarhaus Atomanlagen stehen. Deshalb ist hier Münster eine der zentralen Demonstrationspunkte bundesweit. Es sind schon viele Leute da. Wir sind im grünen Block. Hier geht Sandkühler, Sigi Schönfeld und andere Leute des Stadtverbandes nehmen an dieser Demonstration teil.